Hallo miteinander, ich bin wie dir die Yolanda von zaubervolles.ch. Heute zeigen wir dir nochmal, wie du mit den Holzornamenten von WooDuband arbeiten kannst. Und im Video verpackt sind zwei Maltechniken. Zum einen ist das die Washing und zum anderen ist das die Trockenmalen. Was das ist und wie das geht, das zeigen wir dir jetzt im Video. Viel Spass beim Zuschauen! librische Musik Untertitelung. BR 2018 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 Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und inspiriert dich für dein nächstes Projekt. Alle Produkte gibt es wie immer bei uns vom Onlineshop www.zaubervolles.ch viel Spass und kreativ sein und bis zum nächsten Mal.